Na, wer ist denn hier bereit, endlich ein Kind zu bekommen? P-D-A! Was Sie vielleicht noch nicht wissen, aber dank der Technik haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Ihre Schmerzen direkt zum Vater zu übertragen. Wollen Sie erst mal ausprobieren? Für den Vater auch okay? Ha, ähm, von mir aus. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit 20%. Em, Entschuldigung, wenn ich Sie da bei dem Tetris jetzt unterbrechen muss, aber spüren Sie schon irgendetwas? Nein? Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal auf 40%. Ist es denn bei Ihnen schon irgendwie besser geworden? Geht so. Na, dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt die vollen 100%. Also hier immer noch alles easy. Ah, Entschuldigung, das ist mein Bruder. Ja, was los? Alter, ich habe solche Bauchschmerzen, bitte hilf mir, du musst vorbeikommen.